Hallo liebe Dartsportfreunde, ich grüße euch auf diesem Kanal, aber diesmal nicht aus der Dartgarage, denn wie ihr seht, befinde ich mich draußen und ziemlich weit weg von meiner eigenen Heimat. Ich bin hier im schönen Westallgäu, ich habe hier meinen Arbeitsplatz gewechselt, bin jetzt hier von Montag bis Freitag in der Gegend um Lindenberg-Scheideck. Eine sehr, sehr schöne Gegend, im Hintergrund, ein bisschen weit entfernt, hat man von hier oben auch einen schönen Blick auf den Bodensee und das etwas weiter entfernte Lindau. Also ein schönes Fleckchen Erde, aber leider auch weit weg von dem Target-Event, den wir jetzt in London in The Orbit erlebt haben. Kleines bisschen schade, denn ich habe von Target auch eine Einladung bekommen, persönlich bei diesem Event vor Ort mit dabei zu sein. Lieben Dank da nochmal an Target, an das Team Target, insbesondere auch Adam und Jordan, die mich da super betreut haben, mit denen ich mich dazu im Vorfeld ausgetauscht habe und leider, leider dann doch absagen musste, obwohl ich liebend gern, und natürlich jetzt, wo man auch weiß, was für Produkte da noch dabei waren, vor Ort gewesen wäre, um das dann auch mal direkt zu begutachten. Aber hier musste ich jetzt einmal kurz eine Entscheidung fällen, denn der Job verdient den Lebensunterhalt, die Rente und alles, was mit dran hängt. Und von daher, ja, muss man da einfach mal rational bleiben und sagen, okay, die Gelegenheit, Target vor Ort zu besuchen, ist damit nicht weg. Ganz im Gegenteil, und das freut mich besonders. Ich kann auch außer der Reihe jederzeit da mal ins Target Headquarter kommen und denke, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn ihr habt ja mitbekommen, unter anderem gibt es ja das neue Omni, das Kamerasystem, das wird um die 400 Pfundkosten ist angepeilt und wird voraussichtlich dann zum Jahreswechsel, also im nächsten Jahr, dann verfügbar sein. Da ist noch ein bisschen Arbeit zu tätigen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ein geiles System inklusive Lichtring, heller auch als das bisherige Target Corona. So viel weiß man ja jetzt schon und hat das in der Präsentation auch gesehen. Und eventuell kann ich das dann kombinieren, je weiter dieses Produkt fortgeschritten ist, mit einem Besuch vor Ort, um es dann direkt mal für euch auch auszuprobieren oder generell auch eure Fragen mitzunehmen. Ja, in diesem Atemzug, na klar, das Kamerasystem Word, das ist so eine zweiteilige Kamera, die einerseits den Spieler auf der anderen Seite das Dartboard zeigt, ist natürlich kompatibel mit dem bisherigen Mod-System, wird um die 200 Pfund kosten, bei uns der Preis dann etwa 230 Euro. Das kommt so in etwa zum Weihnachtsgeschäft, gerade rechtzeitig, wenn man Bock hat, sich da was Neues anzuschaffen. Also Next Level Shit von Target, da sieht man, wohin die Reise geht und die Strategie des Programms heißt ja Future, deswegen FTR schon in der Ankündigung. Seit mehr als drei Jahren tüftelt Target da an diesen Lösungen, hat sich ein bisschen von Corona zwischendurch wahrscheinlich ausbremsen lassen müssen. Aber man merkt, da ist ordentlich Ideenpool dabei, da ist ordentlich Kreativität und letzten Endes auch in der Umsetzung, denke ich, das wird viele, viele, viele begeistern. Und vom Preisniveau, das derzeit angepeilt ist, ist das auf jeden Fall auch eine ordentliche Hausnummer. Hausnummer ist vielleicht das Stichwort. Ich werde mich jetzt langsam mal dann auf den Heimweg machen. In der Zeit noch meine kleine Pension, meine Wohnung kann ich noch nicht ganz beziehen. Das kommt in den nächsten Tagen. Aber derweil kann ich euch dann noch die anderen Neuigkeiten vorstellen. Denn Target hat ja noch Darts vorgestellt, neue Molded Flights, die sehr interessant aussahen und zu einem Kampfpreis auch auf den Markt kommen, sowie noch diverses anderes Zubehör. Und darum soll es jetzt mal gehen. Ich gebe euch mal gleich einen kleinen Eindruck von den Dingen, die ich so mitgenommen und mitbekommen habe. und sage einfach mal einen Senf dazu, ob ich es interessant und lohnenswert finde oder vielleicht auch nicht. So, dann sind wir drin. Ist ein bisschen improvisiert, aber hey, es geht um eine erste Einschätzung über die Produkte. Ihr habt mich nach einer Meinung gefragt und die sollt ihr auf jeden Fall auch bekommen. Ganz klares Highlight für mich aus dem Darts-Bereich ist der German Giant. Also ich persönlich habe mich da jetzt schon lange drauf gefreut und finde es super, dass er endlich da ist. Gabriel Clemens hat selber auch gepostet. Und endlich ist er da und ich finde, er ist vom Design auch wirklich gelungen. Es ist diese etwas griffige Variante, die Gabriel ja schon längere Zeit jetzt spielt. Wir haben weiterhin diesen wunderschönen, nahtlosen, glatten Übergang der Nano Storm Points, die auch standardmäßig schon mit dabei sind. Dieser Sandstrahl-Look in matt zusammen mit diesen hellen Highlights. Das sieht einfach richtig geil aus. Ja, der Dart kostet jetzt knappe 80 Euro. Vom Preis her ist das ein bisschen eine Nummer wieder nach oben. Aber okay, es ist Target. Man kennt, dass die Preise eher nach oben statt nach unten sich orientieren. Er war mal kurzzeitig nach dem Launch für tatsächlich 65 Euro bei vereinzelten Shops im Angebot. Hat aber nicht lange gedauert. Ich denke mal, als die mitbekommen haben, hey, die anderen nehmen 80 Euro, nehmen wir auch 80 Euro. Also wer den jetzt unbedingt haben will, der muss die 80 Euro wohl oder übel jetzt erstmal bezahlen für den Gaga Dart. Ganz klar natürlich Swisspoint. Target bringt da jetzt nichts anderes mehr bei Darts raus. Die haben alle Swisspoint in 21 und 23 Gramm. Nach wie vor 52 Millimeter Barrel und vom Durchmesser 6,7 oder 6,9. Das ist das, was man eigentlich auch gewohnt ist, was Gaga so weit spielt. In dem Design jetzt so nicht, aber zumindest nicht mit der Beschichtung. Auf jeden Fall ein wirklich geiler Dart. Und mein zweites Highlight ist natürlich der Nathan Espinel Dart. Also den hat man ja jetzt schon längere Zeit gesehen. Er ist halt ein kopflastiger Dart, was für mich jetzt vom Spielerischen her nicht so das mega Interessante ist. Da habe ich immer so ein bisschen meine Herausforderungen mit. Aber das Design ist einfach mega gelungen. Mit diesen wunderbaren Applikationen in der Mitte. Denn nicht nur diese Querfräsungen, die eingefärbt sind, sondern auch noch hier diese Ellipse, die auf beiden Seiten mit drauf ist. Das Target-Logo hinten klassischer Ringgrip, aber da, wo Nathan selber den Dart ja auch greift. Die Flights auch interessant. Dieses Schlangendesign ist hier so ein bisschen reduzierter. Einfach in der Mitte mit der Asp. Die Packung auch nochmal in den Farben her richtig knallig geworden. Das sieht richtig geil aus mit dem Prägedruck. Also farbenmäßig sowieso hat Target da auch nochmal ordentlich die Design-Trommel gerührt. Das ist alles wie aus einem Guss und wirklich nochmal richtig schick. Okay, so kann man natürlich dann auch die höheren Preise entsprechend rechtfertigen. Design spielt einfach da auch eine Riesenrolle, müssen wir einfach ehrlich sein. Und es ist bei Target immer auch echt gelungen. Also die Nathan Espinel sind wirklich gelungen. Gibt es in Stil wie in Soft-Tip, in Stil dann in 22 und jetzt auch die Zwischengewichte. Nämlich 23, 24 und dann 26 Gramm. Finde ich zum Beispiel auch eine schöne Sache mit 95% Tanksten. Bestimmten Dart, der auf ganz großes Interesse stoßen wird. So ein kleines bisschen habe ich noch gehofft, dass auch Raymond van Barneveld womöglich nochmal neue Darts kriegt. Wäre ja jetzt gar nicht mal so weit entfernt gewesen. Ich meinte auch mal gehört zu haben, es gäbe sowas wie ein Jubiläum von Raymond van Barneveld. Und von daher sollte ihr auch nochmal ein bestimmtes Set Darts bekommen. Vielleicht kommt das dann nochmal so ein bisschen später. Aber ganz klar, wer kriegt natürlich auch neue Darts? Und zwar die Generation 10 der Phil Taylor Darts. Power 9-5 Generation 10. Natürlich auch auf Swisspoint. Form ist bekannt. Winzig kleiner Dart mit winzig kleinen Flights. Wer es mag. Ich meine für Fans von Phil Taylor mit Sicherheit auch fast immer sowas wie ein Pflichtprogramm. Ich finde es vom Design in den Einzelheiten und so weiter wirklich wieder sehr gelungen. Sonst sage ich mal das, was man hier auch erwarten würde in 22, 24, 26 Gramm. Aber Target hat sich daher auch nochmal extra bemüht. Und es gibt eine limitierte Variante, meine ich, beziehungsweise ein Package von seinen 10 Darts-Serien in einem exklusiven Köfferchen. Das ist hier die Power 9-5 G10 Edition, die von Phil Taylor höchstpersönlich noch signiert wurde. Und wer da Interesse daran hat, auch so eins von diesen 10 Köfferchen, wo wirklich alle 10 Darts-Serien drin sein sollen, zu gewinnen, der kann ebenso hier auf die Target-Webseite gehen, kann sich dann quasi dafür registrieren. Und mit ein bisschen Glück, hey, hat denn einer von uns hier ein ordentliches Kistchen gewonnen. Ist ja gar nicht mal so verkehrt. Preis allerdings für die Power 9-5, der liegt bei 125 Euro. Das ist natürlich auch wieder in Richtung nach oben orientiert. Also schon so ein ganz schöner Happen. Da mutet denn der letzte im Bunde, nämlich Chris Dobie, der seine Generation 1 Darts mit dem Wechsel zu Target natürlich bekommen hat. Auch ein neues Shirt. Das war ja auch schon im Vorfeld angekündigt, so eine Art kleiner Pre-Launch. Ich finde aber auch, wenn man sich die Darts anschaut, an sich relativ einfach vom Grip, hauptsächlich Ringgrip-Elemente, Straight Barrel. Aber schön gemacht. Auf jeden Fall schön gemacht. Ich mag auch dieses Flight-Design, passt irgendwie prima dazu. Also hat irgendwie was Frisches, Modernes bekommen. Deswegen denke ich, kommen 64, 65 Euro für einen Spieler-Dart aufs Ruiz-Point-System, wenn man es dann spielen mag. Ist auf jeden Fall ein anständiger Preis. Da kannst du nicht meckern. Und preislich, ein bisschen weiter unten, liegt dann die neue Serie Crux oder Crux, wie auch immer man es aussprechen mag. Ist eigentlich ja auch fast schon wieder so ein Klassiker bei den Target-Launches. Ob es jetzt die HEMA waren oder die anderen Serien, immer 50 Euro, Swiss-Point-Einstieg. Bei der Crux-Serie finde ich diesmal ganz gut, dass die Barrel komplett silbern sind, also unbeschichtet. Das macht sie dann nochmal einen Ticken griffiger. Aber da passt natürlich dann auch jedes Design, egal was man da hinten drauf schraubt. Sieht immer gut aus. Und von den Gewichten und von den Formen, wie immer klassisch ein Straight-Barrel, eins ein bisschen mit Torpedo-Formen und eins dann mit leichter Griffmulde. Denke ich, da kann jeder so seinen Dart finden. Ist auf jeden Fall zu einem Preis. 50 Euro, 90 Prozent Tanksten als Swiss-Point-System. Definitiv eine schöne Sache. Ich erinnere mich so ein bisschen von der Griffart und der Griffigkeit an die Target Agora oder Agora Verde. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche von beiden. Aber eine Serie war auch mal ziemlich griffig, fast schon so ein bisschen klebrig. So würde ich die jetzt so auf den ersten Eindruck auch mal einschätzen. Natürlich dürfen auch die absoluten Top-Masterpieces auf Dartart nicht fehlen. Die Target Elysian 9, ich finde sie immer wieder natürlich mega geil vom Design, was Target sich da auch ausdenkt. Diesmal ist Speed so das Thema. Wir haben so ein asymmetrisches Design diesmal drin und es ist wirklich bis auf jedes kleinste Detail runtergebrochen. Einfach nur geil. Also wenn man die mal in Natura sehen und in der Hand haben kann, ich würde Handschuhe wahrscheinlich tragen. 550 Euro kosten die Packer und die sind trotzdem immer relativ schnell ausverkauft. Was ich hier auch wieder geil finde, nicht nur neben dem Speed Design und diesen Verwirbelung so förmlich, hat man hier auch eine super exklusive Target Swiss Point Spitze, die ja auch so leichte Rillen drin hat. Also das ist der Wahnsinn. Und wenn man hier so ein bisschen weiter runter scrollt, da ist auch mal so ein super exklusiver Dartständer und so mit drin. Also da ist wirklich alles von vorne bis hinten durchdesignt. Aber diese Muster hier vorne an dem Barrel, das ist einfach genial. Auch mit den einzelnen Rillen, mit den Strukturen. Also schon auf den Fotos ist es wirklich einfach nur lecker. Mehr fällt mir dazu nicht ein. 550 Euro ist ja auch lecker Preis. Gibt auch einige, die sich das gönnen können und auch gönnen dürfen. Finde ich super für all jene. Ich hoffe, ich lerne mal irgendjemanden kennen, der die Elysian Darts irgendwie gesammelt hat. Dann gucke ich mir die gerne mal an und fange wahrscheinlich das Sabbern an. Aber schöne Darts gehört bei Target, finde ich, irgendwie so zum guten Ton. Und kann man sich auf jeden Fall immer mal angucken. Also in diesem Jahr bin ich von dem Design tatsächlich sehr angetan. Gerade dieses Speed-Thema. Da ist ja auch immer so ein Heft mit dabei, wo das ganze Thema nochmal erläutert wird, für die Designer darauf gekommen sind und so weiter. Also das ist so eine richtige Erlebnispackung. Ich denke mir halt so ganz pragmatisch, da kommt bei mir immer der analytische durch. 550 Euro für so einen Darts, den er eigentlich immer nur anschmachten, aber niemals spielen kannst. Das ist halt so das Thema. Aber auf jeden Fall finde ich der Elysian dieses Mal 9. Edition auch wieder ein Highlight. Und dann wird es nochmal interessant mit den neuen 975. Da gibt es jetzt eine Neuauflage. Und ja, die kostet eine Kleinigkeit von 240 Euro. Der 975 Ultramarine. Vom Design auch wieder mit diesem asymmetrischen. Auf jeden Fall gewagt, denke ich mal. Denn statt womöglich jetzt Griffmulden oder ganz besondere Grip-Arten, hat sich Target diesmal einfach gedacht. Und das ist ja beim Elysian Dart auch jetzt ähnlich so gemacht. Wir könnten doch mal über das Coating und diese asymmetrische Form im Prinzip beim... Ja, ich drehe sogar die Darts für mich selber auch mal gerne in der Hand ein. Also würde ich gerne mal so einen in die Hand nehmen, ob man da diese eine Position für sich findet an diesen schrägen Banderohlen oder einfach an diesen Orientierungspunkten. So gesehen würde ich mal sagen, es ist eine andere Art von Orientierungspunkten am Barrel. Vom Design ist es auf jeden Fall sehr auffällig. Ich kann auch diesmal den Preis etwas verstehen, dass wir da bei 230 Euro, also über 200 Euro sind. Denn das ist auch nicht mal eben so super einfach zu machen. Exklusiv in dem Paket ist natürlich dann auch mal ein ganz besonderes Target Wallet mit dabei. Und dazu dann nochmal zwei weitere Sätze spitzen. Und momentan auch mit der Einführung exklusiv diese neuen K-Flex-Flights. Da komme ich gleich noch dazu in natürlich diesem Marine Blau. Die gibt es im Moment nur mit diesen 975 Darts. Und ja, mein Gott, der Preis ist, wie er ist. Ich kenne nach wie vor relativ viele, die auch die 975 sich zuvor gegönnt haben. Also, glaube ich, ist das keine verkehrte Geschichte. Auf jeden Fall ein Hingucker. Und mal was Neues. Auch wieder so drei Formen plus eine Softart-Variante, die mit Sicherheit auch ihre Liebhaber finden wird. Und wo ich K-Flex gerade erwähnt habe, scrolle ich immer ein bisschen runter und wir gehen da mal rein. Das sind jetzt neue Flights, die auf den ersten Blick natürlich ganz stark an das Condor X-System erinnern. Aber der Vorteil der K-Flex soll ja sein, dass sie eben einen flexiblen Schaft haben, der sich nicht nur nach oben unten biegen lässt, sondern auch leicht verdrehen. Was dann bedeutet, dass wenn nachfolgende Darts auf so ein steckendes Ding hier treffen, dann habt ihr womöglich nicht so dieses Plastikgeräusch und die etwas härteren Deflects. Guckt dazu mal mein voriges Video zum Beispiel zu Schaft-Flight-System an. Da habe ich das ja auch mit erwähnt, dass so ein Thema für mich persönlich auch bei den Condor X-Flights weniger das Geräusch ist oder dass die so fest sind, weil es ist auch nach wie vor eins der haltbarsten Schaft-Flight-Systeme, die ich jemals ausprobiert habe. Bei den K-Flex sollen diese harten Deflects dadurch eben minimiert werden, dass der Schaft selber hier so ein bisschen drehbar bzw. biegsam ist. Ich habe die Dinger bestellt, die müssten mich jetzt auch zum Wochenende erreichen. Also wenn ich nach Hause fahre, bin ich mal gespannt, ob ich die dann auch schon testen kann. Vor allem bin ich gespannt auch im Vergleich zu den etwas weicheren, die Condor Zero Stress Darts, die ja für E-Data eigentlich gedacht sind. Die waren ja auch so ein bisschen biegsamer und da hast du aber nach einiger Zeit eine Banane drin gehabt. Das heißt, das ganze System war halt zwar flexibel, aber irgendwann nicht mehr so gerade nach dem Werfen. Das ging halt zu schnell. Einfach verloren, diese Form. Hier haben wir jetzt zumindest mal drei Farben zum Start und zwar in Schwarz, in Weiß und dann in Transparent. Dazu dann in den üblichen Längen, Short, Intermediate, Medium. In der Standardform Nummer 6 bin ich mal gespannt, wie gesagt, die dann selber zu werfen. In der Theorie klingt das alles soweit erstmal ganz vielversprechend. Vom Preis muss man schon sagen, für 8 Euro für so ein Schaft-Flight-System ist es natürlich deutlich weniger als ein Condor X-System. Selbst wenn ihr die mal im Angebot kriegt, kosten die so um die 11, 12 Euro. Aber natürlich auch eine leichte Ansage zu dem beliebten L-Style-System, wo du ja mit Schäften, mit den Caps, mit den Flights eigentlich preislich auch drüber liegst. Und bin gespannt. Bin gespannt. Ich freue mich, dass Target endlich mal, ich würde mal sagen, aus meiner Sicht jetzt ein vernünftiges Schaft-Flight-System rausgebracht hat. Das hat mir immer noch gefehlt. Und dann gab es ja noch ganz normale Standard-Flights, aber da wird es richtig bunt. Und die Idee, muss ich mal sagen, gefällt mir ebenso richtig gut. Und zwar bekommen jetzt einige Spieler passend in ihrer Farbe so entsprechende Ink-Flights. Das kennen wir ja schon, diese Ink-Schäfte und so weiter. Das lief mal mehr, mal weniger irgendwie gut. Hat mich bislang gar nicht so interessiert. Aber jetzt haben sie mich doch gecatcht. Phil Taylor hat so seine blauen Flights. Dann gibt es die roten für Nathan Espinel. Super geil mit dieser Rose innen drin und dem Schlangen-Design drumherum. Gabriel Clemens, geil. Diese gelben Flights mit dem großen G und Weltkugel. Auch die Dimitri Vandenberg in dem Sandton. Das sieht nochmal richtig gut aus mit dem Totenkopf und der Melone. Klar, Raymond von Barnefeld, Orange mit dem Tiger. Und dann noch Rob Cross in diesem grünen Design. Also die Designs, finde ich, sind auffällig, aber geil. Da kannst du dir so ein Set. Das besteht immer aus drei solchen kompletten Schaft-Flight-Dingern. Und zwar einmal in weiß, dann einmal in gedecktem Schwarz. Und dann halt der entsprechende knalligen Farbe. Für 10 Euro, finde ich, ist es auf jeden Fall auch ein attraktiver Preis. Um, wie gesagt, einfach mal ein schönes Setup für Fotos oder so zu machen. Und auch zum Spielen geht das ja auch. Ihr wisst aus meinem vorigen Video, ich bin jetzt kein großer Fan von diesen Pro-Grip-Schäften. Aber einige von euch haben schon kommentiert. Olli, das musst du einfach anders sehen. Da musst du diese Slot-Lock oder wie auch immer Ringe dazu dann nehmen. Also Dinger lochen und dann halten die genauso gut wie alle anderen. Ich finde es, wie gesagt, jetzt als Spiel-Setup vielleicht weniger. Aber ich finde die Designs einfach cool. Und habe mir da jetzt mal kunterbunt ein paar bestellt, die mir gefallen haben. Müssten zusammen mit den K-Flex-Flights mich dann jetzt zum Wochenende erreichen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und dann kann ich die auch direkt mal ausprobieren. Und dann gab es zum Abschluss ja noch, ja gut, einen Brastart von Rob Cross. Den können wir uns mal knicken. Der ist vollkommen uninteressant. Wobei die Farbe der Flight ist ganz cool. Aber das Tacoma Mod Wallet, da lohnt sich, glaube ich, nochmal einen Blick. Weil es ist nicht nur das Muster selber, was jetzt hier auf Mod gemacht ist, sondern ihr seht es schon an diesem Zusatz am Schlüsselring. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also es ist auch konsequent natürlich von Target so gedacht, dass ihr dieses Wallet direkt an die Target Mod Rails mit anhängen könnt. Mit ein bisschen Glück, müsste man mal ausprobieren. Funktioniert das auch prima als Flaschenöffner. Dann hätte das auf jeden Fall nochmal einen Zusatznutzen. Aber die Idee, das Ding dann hier so dran zu bammeln, ist auf jeden Fall ganz cool. Also das muss man dem Mod-System lassen. Stylish ist es und es wirkt wie aus einem Guss. Klar ist das noch schweineteuer. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber was ich jetzt ganz gut finde, mit der Word-Kamera, die zwar zum Mod-System passt, öffnet sich Target aber auch, dass ihr nicht ausschließlich in der Mod-Welt bleiben müsst. Sondern es lässt sich ja an jedem Dartboard-System anbringen, beziehungsweise in der Wand mit zwei Löchern. Und das gleiche gilt für, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich das gleich finde. Denn was es auch neu gibt, ist endlich dann mal die Tablet-Halterung. Und die finde ich mit 30, 32 Euro, meine ich, ist die bei uns in den Shops gelistet, jetzt auch gar nicht mal so teuer. Und auch bei dem Tablet-Halter öffnet sich Target, dass es nicht zwingend an die Mod Rails angebracht werden muss. Sondern ihr könnt es ebenso an der Wand mit zwei Schrauben befestigen. Habt also einen praktischen und stylischen Tablet-Halter, finde ich, für einen angemessenen Preis. Und solltet ihr es euch dann irgendwann mal überlegen, doch irgendwann mal auf das Mod-System mit den Rails und dem Hub und so weiter zu gehen, dann könnt ihr das natürlich davon ausgehend dann aufrüsten. Also das geht ja auch auf die Art und Weise. Bin ich mal gespannt, ob das dann mehr Fans so nach und nach auch in Richtung Mod-System bringt. Auf jeden Fall freut es mich, dass Target nicht ausschließlich auf Mod geht, sondern das ein bisschen öffnet, dass man so nützliche Dinge wie vor allen Dingen diesen Tablet-Halter eben auch zu einem angemessenen Preis einfach so für seine Bordanlage zu Hause hernehmen kann. Wenn dann die Word-Kamera da oben noch draufkommt, die dann mit der Dart-Connect-App natürlich 1A funktionieren soll, wird es so langsam, finde ich, dann so ein System, das man sich selbst prima zusammenstellen kann. Bin auch da gespannt, wie die Entwicklung ist. Klar, als jetzt erstmal Innovation von auch einem Hersteller, der sich das auch auf die Fahne schreibt, scheinen die Sachen jetzt vom Anfang erstmal ein bisschen teuer. Also die Word-Kamera mit 230 Euro ist natürlich kein Pappenstil. Wenn du darüber nachdenkst, dass du auch zwei einzelne Camps zu Hause von Logitech oder so dir genauso installieren kannst und dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Kabelsalat. Das ist nicht so ein hochintegriertes System, aber klar, dafür ist es eben preisgünstiger, funktioniert ebenso. So, jetzt habe ich aber genügend von meinem Senf dazugegeben. Ich muss sagen, ich fand diesen Target-Launch very exciting. Wirklich, also krasse Ankündigungen dabei. Einiges hört man ja im Vorfeld, einiges erfährt man ja auch schon durch die Kontakte. Da sind jetzt die Überraschungen meinerseits oft nicht so groß, aber hier hat sich Target, finde ich, wirklich mal richtig geil bedeckt gehalten. Hat gleich mit einem Knaller eröffnet, dass ich mir dachte so, what, hier kommt mit einem Kamerasystem raus. Das ist ja wirklich Next Level Shit, wie ich eingangs schon gesagt habe. Ich habe mich mega gefreut, dass Gabriel Clemens die Generation 2 bekommen hat. Ich freue mich ebenso, dass wir jetzt den schönen Dolby Dart bekommen haben, der, finde ich, vom Preis attraktiv ist. Und Espinel, ja, geiler Dart, Preis ist natürlich da so eine Sache, muss man überlegen, ob es das einem wert ist. Ich finde es mutig, eine neue 975er Serie aufzulegen und bin gespannt, wie die sich entwickeln wird. Und bei allem anderen, also gerade auch das Zubehör und so weiter, finde ich, insgesamt ist es ein wirklich sehr runder Launch geworden. Auch die K-Flex Flights, denke ich, werden viele jetzt erstmal auch ausprobieren wollen. Gerade im Vergleich vielleicht auch die Fans, die jetzt bislang Condor X gespielt haben, auf die sich womöglich nochmal anders entscheiden. Klar fehlt es bei K-Flex auf jeden Fall jetzt erstmal an Farben, an irgendwie noch anderen Varianten mit ein bisschen Design und so weiter. Aber ich denke, Target wird einfach auch abwarten, wie das Ganze ankommt, womöglich auch wie das Feedback der Spieler dann läuft. Und dann werden sie das sukzessive natürlich rausschieben können, wann immer sie das wollen und in passenden Farben anbieten. Der Reigen ist ja eröffnet. Eine Sache habe ich, glaube ich, noch unterschlagen und zwar war das dieses Center of Gravity Tool. Das habe ich jetzt nicht bei diesem Target Launch ganz verstanden, denn das habe ich schon seit mehreren Wochen zu Hause liegen, habe es über Japan geordert. Also das gab es von Target Japan sowieso schon eine längere Zeit. Ich glaube, Darren von Darts Review Channel hat dazu auch schon mal ein ausführliches Review gemacht. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Das kommt dann auch in einem Video. Wie gesagt, ich denke mal am Wochenende, wenn bei mir die ersten Sachen auch eingetroffen sind und ich zu Hause bin, dass ich die dann auch mal näher betrachten und euch zeigen kann. Also bis dahin, bis ciao, good Darts, euer Olli. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.